Ah, hier bin ich gestoppt. Kann ich mit der Hilfe holen? Vielleicht gehts mit mehr Kisten. Dann schauen wir was die Sache aus mag. Aber es fehlt keine Kiste holen. Und hier Stachelschutz. Und weiter Stachelschutz. So. Und ich will ja hier dran. Ah, 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 nein, fangt das schon wieder an. So. So. Das sieht doch gut aus. Was ist da hier? Oh, ich habe keine Energie. Shit, das geht doch auch um Energie. Panik. Oh, was ist das? Wer baut denn sowas? Warum? Autsch. Nochmal Autsch. Nochmal Autsch. Oh. Oh. Da ist ein Herz. Darauf hättest du warten können, bevor du schießt. Ah, was mache ich denn? Wie mache ich es denn? Oh nein. So. Was ist hier? Noch einer. Das heißt, ich gehe auf jeden Fall weg. So, schnell. Weg, 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 weg. Oh, das sieht auch nicht so toll aus. Ähm, nein. Warum das? So. Okay. Oh, den habe ich übersehen. Oh, noch einen übersehen. Noch einen übersehen. Aber da habe ich an den ran. Okay. Manchmal mache ich da geniale Sachen und dann versau ich es wieder. Und das ist der Punkt, wo ich es versaufe. Nicht, dass ich glaube, dass ich hier einen Fehler mache. Ach, das ist reine Absicherung. Aha. Aha. Ah, jetzt. Okay. Was ist denn, was ist denn das Ding hier? Kann ich da drauf springen? Da ist doch irgendwas. Was? Nee. Hat nichts mit mir zu tun. Warum? Ich habe gedeckt. Das ist ja nicht. Hat doch mit mir zu tun. Ah, falschrum. Den hier runter. Komm. Put, 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 put. Bist du schwer? Wo ist denn die Kiste? Okay. Eine Kiste. Eine Kiste. Einmal hoch bitte. Komm. Hoch. Nee, ich will es runter. Komm. Und dann den hoch. So. Das sieht auch nicht gut aus. Was ist das? Bob. Gehen wir mal lieber mit ihr. Potsch. Wer hätte das gedacht. Au. Toll. Oh, der ist rollt. Oh, 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 oh. Charakterwechsel. Ich habe ja gar nicht mehr viel. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Oh. 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 Ich habe ja gar nicht mehr viel Glück hat. Komm, roll noch ein bisschen. Bitte roll noch. Ich brauche einen Speicherpunkt. Oh, danke. Bleib weg, bleib weg. Bleib weg. Bleib weg. Bleib weg. Bleib weg. Bleib weg. Das Wunder darf ich nicht gleich. So. Wo muss ich hin und warum muss ich hin? Nein. Ich muss wohl. Wo kommst du her? Wo kommst du her? Wo kommst du her? So. Jetzt habe ich die immer auf dem Hals. Oder wie? Jetzt bin ich hier. So. Dann machen wir was anderes. Ja, gut geht um. Kommst du oder lässt du es? Oder ob es was? Oder lässt es nicht? Da holen wir die Freunde So 29 von 50 30 30 31 31 31 32 33 34 35 35 35 Ah, das nimmt mich mit. Toll. Was heißt? Als der Zauberer die Inschriften entschlüsselte, tauchten Legenden von Artefakten auf. Es waren einmal drei Hüter, die jeder ein Artefakt beschützten. Der Trine war ein Artefakt der Seele und der Gerechtigkeit, sowie Katalysator guter Kräfte, die schweigend geholfen haben, junge, gutherzige Zauberer in der Astralakademie aufzuziehen. Die beiden verbliebenen Artefakte wurden nur flüchtig erwähnt. Das zweite Artefakt, dem man Verstand und Macht zuschrieb, wurde in dem großen Schloss in der Mitte des Königreiches gelagert. Der Zauberer hatte noch nicht alles verstanden, was in den Inschriften geschrieben stand, weil einige Teile fehlten. Aber es war genug. Ihr Ziel war das Schloss, Heimat des zweiten Artefakts. Dumpfe Töne waren aus der Ferne zu hören. Der Drachenfriedhof, ein riesiges Ödland, lag zwischen unseren Helden und dem Schloss. Drachenfriedhof, das hört sich nicht begeistert an. Na gut, dann machen wir wieder eine Pause und wir sehen uns im nächsten Kapitel. Ciao.